Mein Name ist Daniel Fetz, ich fahre Wegfahrt seit 20 Jahren. Ich glaube Wegfahrt ist eine echt geile Sportart, weil du so eine unendliche Anzahl an Tricks hast und dadurch immer wieder ein neues Erfolgserlebnis hast, es wird nie langweilig, man kann immer wieder etwas Neues lernen, es gibt keine Regeln, alles ist erlaubt. Ich habe hier viele Bewerbe gefahren und war schon siebenmal österreichischer Staatsmeister, schon zweimal Vize-Weltmeister, Europameister im World Ranking vorne dabei. Nun wakeboarden auf, natürlich ziemlich geiles Wakesurfen, kann ich jedem nur empfehlen, der es noch nie probiert hat, es ist echt ein geiles freies Gefühl. Wie Wellenreiten, es ist eigentlich Wellenreiten, ich habe auch ein Wellenreiten-Board ganz normales, nur, ich muss nicht paddeln, ich kriege keine Waschkirche ab. Wenn ihr mal in der Gegend seid und ihr Lust, es ist auch ein bisschen Urlaubsatmosphäre hier, wenn ihr Lust auf Urlaub und Ausflug habt, kommt vorbei, kommt zu Fettis World. Checkt mal wo eure Liste, nächste Wasserskianlage ist, bucht einen Anfängerkurs, schaut euch das an oder kommt vorbei, wir bringen euch das auch gerne bei. Tschüss, tschau liebe Bar und Servus!